ARD Text im Auftrag von Funk Aufpassen, dass mich niemand hier aus dem Rücken schießt Hallo, ist jemand, Hallo? Keine Aussage mehr Scheiße, nein Oh, tschüss Die hat nicht mehr viel gehabt Ist doch ein Pfeil im Kopf Oh, wo kommt der her? Und ich kann nicht mehr laufen Also nicht killen die eine, die ist fast weg Aber wenn sie doch ganz weg ist, dann ist er doch tot Nein, nicht tot Doch, sie ist tot Jetzt werde ich getötet Ah, so ein Mist Ja, klar Trump doch am Leben Echo Wo bin ich denn gestorben? Wie weit seid ihr weggelaufen? Oh, ich bin da direkt rein Das war keine gute Idee Was macht denn der? Oh nein, das ist der Horst Nein, scheiße Wir sind viel zu viele Gegner, das schaffen wir nie Warum wollen wir den überhaupt? Warum gehen wir nicht einfach ohne? Wir müssen halt Wir dürfen halt nicht einfach in der Basis rennen Wir müssen nur einen da rausziehen Oh, tschüss Weil die sind jetzt auch nicht so stark Ey, wo seid ihr denn? Oh, der tot Also ich bin gerade so weit vom Horst weg gewesen Also ich leb noch Ich muss mich erstmal hochhellen Lange wird das nicht mal gut gehen Wo, wo, wo bist denn du Kucki? Ich dachte schon, mein Schwert wäre weg Ui Äh, ja, woanders Na ja Ich stecke schon wieder fest Wenn ich heiß höre es Sind wir so weit gelaufen Danke dafür, Alpladi Danke dafür, Alpladi Komm mit Kommen Sie mit Was willst du machen? Um Zeichholen Ne, darfst du nicht Hast dich nicht benommen Okay Du hast dich übernommen, was? Ich habe mich fernommen Hm, genau Du mit einer Lampe hast dich selbst geblendet, ne? Ja, ich sehe nichts Was haben die gemacht, ey? Huch, leck Okay Wache, Verderbnis Wir werden von einem Kogodil verfolgt Oh, ich komme nicht aus dem Haus raus, Schuli Du musst nochmal in meine Richtung Du musst nochmal in meine Richtung Ja, komm schon Mann, ich habe es dir doch gesagt Ich gehe jetzt los Hier kommen sie doch mit So, jetzt kannst du mich ziehen Ich mache nichts mehr Jetzt ziehe ich dich Oh, ich bin gestorben Wir machen das nochmal so Hey Wir keulen die nochmal weg Also Ich habe eben gesehen Wo bist du hin? Ich warte auf einen, Herr Tramp Achso Ich habe eben gesehen, dass dieser silberne Balken Als ich da richtig draufgeschlagen habe Dass der fast weg war Ich glaube, das hat damit was zu tun Bin mir aber nicht sicher Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das mit den Bogenschützen doch macht Weil die Bogenschützen sind halt scheiß auf Nahkampf Jo Kommen sie, Tramp Tramp das mal machen Den Bogenschützen raustuchen Und den dann rauslocken Wie gesagt Erstmal irgendwie Huch Müssen wir irgendwie schaffen Ja, hier links war ja die Basis Die hatten ja Bogenschützen Jetzt muss ich besser nach hinten laufen Mein Zeug Wo, 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 wo Achso, da Hardcore schwache Vernetnis Wollen wir das so weglegen Da war es knapp Warte, wo bin ich? Wo seid ihr? Ein Fluss lang einfach Ja Wie eben auch Huch So geht's auch Was soll das? Trinken? Er wurde teleportiert Echt? Warum nicht? Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter dir Das sind 5, 5, 10 Meter Uiuiui Achtung, Schmiddy Ne, warte Hinter 2M Ich sehe da jemand Die hofft kein Ausdauer mehr Tschüss Hey, das ist Umberto Hey, Victor Warte, bleib mir stehen Das ist ein Nahkampf Ja, also wenn ich den damit angreife Dann verliert der echt von einem Silbernen was Silber? Der hat was Silber Ja, da ist doch so ein silberner Balken drüber Ich hab keinen Silberner Balken drüber Der hat ja den roten Lebensbalken Und da drüber ist noch einer Und der geht dann halt immer runter Wenn ich die treffe Mein Tod Wo liegt der überhaupt? Wird mir gar nicht angezeigt Lass den mal killen Und dann holen wir mal einen Bogen schützen Ich würde gerne erstmal Zeug finden Dann weiß ich wo ich Was ich machen kann Zeug Wo bin ich gestorben? Aber nicht zu viel machen Also Nicht dass wir hier wieder sterben Ich hab mich gefunden Oh, mein Arm ist ab Wo liegst du? Huch Greif mir das Ding einfach ran Hallo Was ist das? Ich hab keine Ahnung Kamelsieger Hilf mir Oh Kann ich das Zeug equippen Kadaver Ein Kadaver war's Schon wieder Da ist einer mit Bogen Lass mich mal rauslaufen Ich hab den gleich hier draußen Könnt ihr den mal ablenken Könnt ihr das Feuer mal auf euch ziehen Aber nur einmal schlagen Nein, du Okay, ich hab hier Nicht killen, nicht killen Siehst du, da ist jetzt der Silberner Balken Jetzt sehe ich den Silberner Balken Hey du Hey Au Ich bin verkrüppelt Das ist geil Nein, 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 nein Tu dir das Ding aus wählen Danke Meine Fresse Das ist auch der Ausdauerbalken Ja Wie bei uns Warte, der hat schon voll viel kassiert von mir Ich block einfach alles Block dich Ich block dich Ich block dich Ich block dich Ich block dich Ja, wie hast du das eben gemacht, dass sie so gedroht Ja, das hast du grad gebrocht Aber das hat ja nichts damit zu tun Das ist nur eine Geste Block dich Blocken Hast du, wenn ihr mit Kuh macht, könnt ihr auch auf die Gegner zielen Jetzt, jetzt, gehst du weit Ja Bewusstlos Ja, siehst du bewusstlos Ja, siehst bewusstlos Hast du dir unser Seil dabei? Natürlich Ich auch Warte, ich mach das Nice Achso, mach's schon, okay Ne, muss mit E Mit E Nicht drauf bauen Buch Alles klar Ab nach Hause Ich war noch nicht so weit mit dem Tutorial, was müssen wir jetzt machen? BDSM mäßig Dödem, 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 gehen wir Gassi, gehen wir Gassi Egal, gehen wir erstmal nach Hause Das Zeit verbraucht sich langsam Ja, ich mach's schon Ich kann Oh, scheiße, ich bin Warte, wir können auch hier links rum Links rum Äh Ja, komm, ich geh Ich bin da jetzt vorbei Oh Jetzt komm links rum Meine Fresse Ich bin schon oben Ja, zu spät Ich bin schon zu Hause Naja, nicht ganz Die verschwindet im Boden mehr oder weniger Huch, da ist noch ein Eingeborener irgendwo Kommt aus dem Nichts Aber wie viel die geschluckt hat von meinen Schlägen Bis sie erstmal umgekippt ist Boah, ja Muss mein Schild mal wieder reprägen Hält die Leine? Die hält noch ein bisschen Ich glaub aber, wir müssen irgendwas anderes bauen Oh, Krokodil Friss nicht die Leine Ich zieh die jetzt noch durchs Wasser Wie so ein Hund knurren Dann tut sie wegzuwürmen Ja Ich glaub ich bin Hier ist heute Waschtag So Einmal durch den Fluss durch Warum lassen die nicht los? Mit Weg Das Seil halt noch halbe Haltback halt ein bisschen mehr Ah, passt Pepasa Ich habe ein Problem Du wirst jetzt Sklave Ah, geil, Bogenschutz Wir haben den jetzt Und was hast du gemacht? Ich bin hier hingelaufen Und dann hat sie sich da so hingetan Warte Warte Der muss, der muss da, die muss da drin bleiben Ich bin tot Nicht da raus nehmen, ja Den Leib eigenen bitte nicht da raus nehmen Ähm Weil die muss da drin bleiben Damit die bekehrt wird Dass die hier nicht wegdrehen Und ähm Muss sie jetzt wieder aus ihrem Ding erwachen Oder wie läuft das? Oder wie läuft das? Nee, wir müssen da jetzt Wir müssen da jetzt irgend so ne Paste da rein tun Ja, wir müssen da jetzt so ne Paste da rein tun Die Brennstoff Äh Ist quasi M-M-Männchen vielleicht Was? M-M-Männchen vielleicht So war's das ne? Ich dachte schon die zerfällt jetzt Ich dachte ich kann ja mit ein bisschen füttern M-Männchen vielleicht Ja genau Ähm Jetzt müssen wir herausfinden Was ist das für ne Paste? Wo ist denn die? Ach da ist Da ist sie drin So ja, das Aber nicht rausnehmen Da ist so ne weiße Paste Was ist das so rechts? Das 1 Wahrscheinlich Essen Ich äh Ich google grad Genau Google dauert lange Schneller Schneller google Ui Da, da war's Au Laut Kann man Männchenfleisch essen? Ja Mama Ja Mama Ja Mama Wenn man's kocht ja Jeeha Ich nehme mal Fleischfetzen Ich ernähre mich nur noch von Fleischfetzen Achso der Knüppel ist fast kapott Einfaches Rad der Schmerzen Komm ich helf dir mal Ich helf dir mal Ich helf dir mal Indem ich dich ansporne Weiter mach weiter Los Okay das heißt Schleim Suppe Was fürn Level braucht man da bestimmt noch? Ach Herr dabei ja was Nee ich Gucke Oh kann ich nicht Es gibt nicht Gibt es nicht Gibt es Suppe? Das sieht nicht so Ein Herd Suppe Und Fleisch Suppe Oder Schleim Eher das Ähm Schleim Findet er nicht Schau mal Ich hab ne Idee Vicky Ja genau Such mal Vicky Ich dachte das wär beim Like Eis Bleim Suppe Neben Suppe Brei Ach vielleicht ist es Brei jetzt deutsch Ja genau Brei Flüssigkeitspresse Wir haben gleiches Wir haben gleiches Level Ihhh Werbung Weg Eine Stufe aufgestiegen Beweglichkeit Eiserne Ausdauer Sprints verbrauchen Weniger Ausdauer Warte 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 Ich test mal was Außer welcher Ich bin der Arzt Dammit Brei heißt das? Nee immer noch nicht Keine Ahnung wie es heißt Da gibt's den Trankmacher Aber das wird wahrscheinlich nicht das sein Das wird nicht das sein Lass mal ein bisschen gucken Aha Aha Was ist? Warte Ich weiß ja was ich mache Ich mach ja nur Lass mich Aha Ich mach Suppe Wo Ist das Suppe? Im Lagerfeuer 20 Äh 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 was? Nee Ein Samen und 5 Pflanzenfasern Gipschleim Suppe Ah Ich nehm die mal mit Geht aber schnell ne die Suppe Es kommt viel raus hm Oder so Hä Hä Die Hast du die mitgenommen? Ja Okay Drin ist sie Okay Okay Warte wir haben schon einen Bogenschützen Das nein Ah ne das ist er schon Okay das ist er schon Das ist der eine Aber Bogenschützen kann man gut nehmen Und Bogenschützen sind ja eigentlich nicht schlecht Ah ok 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 Ja und jetzt macht er Alling ist das eine Stufe 2 gewesen Oh stimmt als Sache Äh ja das macht er jetzt Die wird jetzt äh Die muss das jetzt die ganze Zeit machen bis sie sich irgendwann anschließt Du tust gerade ihren Willen brechen indem du sie nur mit Fleischsuppe fütterst und sie dieses Ding hier für 10 Milliarden Jahre rum drehen muss Ja Und dann wird sie dann dein äh Ja dann gefangen Das dauert aber auch echt lange Ja das wird jetzt ein bisschen dauern Also ich kann jetzt da weitermachen und hat keinen Spaß Geht auf jeden Fall genug zum Essen Das auch Eine dünne überriechende Schleimsuppe So muss man mit den Gästen umgehen Ja Machen wir noch ein bisschen mehr Oh kein Platz mehr Dafür dass es vorbeizukommen Ich mach heute Schleimsuppe Morgen auch Ja aber morgen auch Eigentlich immer Ja Ich tu mal ne Knüppel hier ein Ne Knüppel Ne Knüppel Aber warum ist sie da nicht bei Leibeigener drin Kommt das jetzt erst oder wie Das kommt erst später wenn die abgerichtet ist Da kannst du glaub dann reinlegen und dann arbeitet sie für dich Okay Ja genau So quasi der Slot für den Weil Slot nimmst halt den und den Arbeiter Dafür Kapische Kapische Achja stimmt ich bin ja gestorben Ich sag mal mal Zeug holen Äh wo Äh vor der Haustür Achso Keiner Sorge ist nur um ne Ecke Werdet ihr alle mitgezogen Äh warum kann ich nicht mehr kicken Achso wegen der Vieh Rückwärtshalto Alles klar Ne Oh Mist da ist noch das Krokodil Jetzt Jetzt Aber ist ja geil Das ist ja gut Haben wir noch Knochen Ja ganz sicher Ganz viele Haben ja 30 Leute mitgenommen Ja Ich bin auch ein bisschen Batterie rum Ich bin auch ein bisschen Batterie rum Okay 17 Das ist meine eigene Sklavin Die bricht ab Äh bricht aus Ah ok Brenndauer eine Stunde und 30 Minuten Minuten Eine Stunde echt Weil Ja Wollte ich ja noch einen Kopf bekommen Dann geh mal in den Kopf Unser Thruns sind schon wieder voll Nein Fresse Ja das ist heftig Ja das ist heftig Wir sind halt sehr Heftig Wir machen halt sehr viel Wir sind sehr produktiv Ähm Warte mal jetzt muss ich mal grad was überlegen Geh mal ein bisschen Hey warte mal Ich Ach ne wir brauchen genau wir brauchen den Leibeigenen für die Schwertermine Wund Sekrete Wurps 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 Weißt Bescheid Felix Mhm Weißt den Bescheid Wir hatten den Garn Garn Ah Ich könnt schon mal anfangen äh wenn ihr wollt Ich fang schon mal Ey Stuhl bist still Ich fang schon mal an ein bisschen Rüstung für uns zu machen Ich hab keine Ahnung welche die gutere ist aber ich mach einfach mal Wurps 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 Sag mal Ja von Rüstung halt Es gibt unterschiedliche Du hast ja schon mehr Ähm Es gibt leicht es gibt mittel und es gibt schwer Ich würd sagen mittel eigentlich weil die ist zwar nicht so leicht aber die hatten noch eine gewisse Panzer Genau Dafür brauche ich uns mal zählen Also wirklich ja Bam Bam Oh fuck Pfff Das wollte ich nicht Was denn? Ich wollte keine 20 Spitzhacken machen Diese Fackeln ne was sind das für Fackeln die hier hängen Ich glaub normale Schnell Fackel Guck in der Handwerker Tasche die sind da Schnell Fackel Schnell Fackel Kannst du die noch die Schnell Fackel Moment äh Helm Ne Polsterung Da Verstehen Ok Guck mal grad ob du ein paar Schnell Fackeln machen kannst Das sind Schellen Fackeln nicht Schnell Fackeln Ach Schellen ja Schellen Ich hab mich verlesen Früh Es ist spät ja Es ist spät Warum kann ich die nicht machen Ja ok Fackel Mach behelfsmäßig Fackeln Ich hab schon ich hab Hunger Ähm Ja ne 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 Mach ne äh ne Schellen Fackel Ja dafür brauchen ne Fackeln Dann mach gar keine Fackeln Ich hab keine Fackeln Also mach mal so 5 Stück oder 6 Kann keine Fackeln machen Warum kann ich keine Fackeln machen Achso weil ich kein Fackelträger bin Was? Ey Ja ey ich kann die nie machen Das war glaub mir nur ein Ding Trump gemacht Was? Trump kannst du Fackeln machen? Ich kann Fackeln machen Oh ich sterb Ich kann nur behelfsmäßig Fackeln machen Mach mal Fackeln Dann musst du den Perk mal wieder Ja Jetzt erlern Ich halt das frei Aber jetzt kann ich Fackeln machen Fackeln nicht lange Ich mache Fackeln Ok Was machen wir denn dafür? Und wo baut man die hellen Fackeln? Im Handwerker-Dingens Köchter Wo ich nebendran stehe Ey hier das nicht Also ich brauche Fackeln Ach ja Sag ich ja die Fackeln machen Ne Habt ihr Kohle Habt ihr ganz viel Kohle Ohle Ohle Kohle 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 liegt im Im Ding Ich stelle immer noch Im Ofen Im Ofen Im Öfen Fackeln Fackeln oder behilfsmäßige Äh Ne Kohle Behelfsmäßige Fackeln oder behilfsmäßige Fackeln brauch ich Du brauchst ne Fackeln Ja Fackeln Ja Behelfsmäßige Ja Ciao Schmidi Ja hast du schön gemacht Ja danke Immer dasselbe mit dir hier Warum ist mein Arm abgefallen? Ich bin an Erlebensmittelvergipfelung gestorben und mein Haar an meiner Hand fällt ab Ja war nicht gut Ich glaube das war schon von vorne hin Von vorne hin nicht gesund Sleeper awake Nein 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 Kein bewegen Warte was warum halten die Fackeln 20 Minuten? Das ist krank Alter die weint ja draußen Wer? Unsere Äh Neue Freundin Ja dann sieht das doch gut aus Ja muss ja so sein ne Nee sag bloß man braucht doch hierfür wieder nen eigenen Ah ne Nein du gar nicht he Wieso Ja weil das da oben wieder dran steht Anscheinend geht das dann schneller oder so Ja da steht überall dran Stehen jedem drin Oh Rüstung Yeah wir haben den ersten Die erste Rüstung voll zurück Wow Einen Kohle kriegst zurück Wie die heult Und was liegt hier rum? Warum liegt... achso Geil der Gang Ey es macht Fortschritte Hm Langsam aber macht's Warten wir und bis sie fertig sind Und dann machen wir Schluss Okay Ja okay diese Folge geht dann an Live let's play Äh 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 live stream Der erste live stream den wir machen auf unserem Kanal Diesmal moderiere ich wieder auf So laut der Reihenfolge Okay Wir haben ne Reihenfolge Ja war bis jetzt so Erst hab ich abmoderiert Dann du und dann der Zwem Dann fang ich wieder an Okay Dann mach du Bitteschön Ja gut dann äh sind wir wieder am Ende einer Folge Wir hoffen dass es euch gefallen hat Wir würden uns freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder hier mit dabei seid Wo ist meine Kohle hin? Achja stimmt ganz gut Wenn wir wieder Sklaven einstellen Und äh Oder so Ist ein bisschen chaotisch Aber äh Kann sagen wir sehen uns dann In der nächsten Folge wieder Tschüss Du hast meine ganze Kohle geklaut Du hast meine ganze Kohle geklaut Warum hast du meine ganze Kohle geklaut Ich hab gesagt ich brauch Kohle Ich hab gesagt ich brauch Kohle Aber doch nicht alle Hab ich gesagt So viel Kohle Ja muss bald Schmäh du hast kein Geld Schmäh du hast kein Geld Schmäh du hast kein Geld 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 Ach das ist ne behelfsmässige Fackel Ja dann Warum brauch aber Warum brauchst du eigentlich für die Werkstatt Für den Schmied ein Bleibt eigenen Ja steht ja so Das hat nämlich nicht funktioniert eben Ja das steht doch überall Wie gesagt Guck mal in jedem Ding drin Überall steht dabei Ja das hat nicht funktioniert Weil das hätte ich das ja gemacht Nie Ja hattest du die Oh warte So ich hab jetzt das ganze Haus ausgeleuchtet Geil Oh stimmt tatsache Mal runden Mal runden Ah auch runden Schön Wenn wir draußen einen Baustrahler hinstellen Dann haben wir so ein Baustrahler Ja einen Baustrahler Echt Oder so einen Fußball So einen Fußball Ja genau Den du meinen Hallo Erstmal alle kochen Okay Dann brauch ich Dann Eisen Ja dann brauchen wir viel Eisen Aber Irgendwie ein Echo Da muss man sehr viel Einen Echo Da muss man sehr viel Äh sehr viel Farmen Viel zu viel Ja also Also wenn ich die erste da reinlege Mit dem Eisen Und dann da beim Schwert herstellen klicke Dann stellt es Hä warum macht das jetzt Danke doll Weiß ich nicht Eisenschwerter kannst du schon machen Sollen wir noch eine Folge machen schnell Ich will keine Folge machen Ich bin am Versterben Vom Verhunger Ich verstehe Ja so sterbe ich Und wir haben schon halb eins Wenn ich jetzt Essen mache Dann bringt die mich um Oder so Also sterbe ich eigentlich so oder so Also muss ich gar nichts machen Wer bringt dich um Meine Mom Nee 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 Wann ist eigentlich dieser Dieser Felsbug in unserem Haus Oder kam der erst dazu Felsbug Felsbug Du meinst Backstein Ja genau Seit gestern Okay Nein von Anfang an Wir hatten da ja das Feuer drauf gestellt Bei mir kommt der noch so halb raus Bei mir kommt der noch so halb raus Und was weiß ich Bei mir auch so Für richtig extrem Der war Da hab ich mir Ich bin da aus Versehen ausgerutscht Und auf die Fleece gefallen Und dann hat es da Ja Genau Du hast genießt und dann bist du da so Ja Passiert Hallo 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 Was geschieht jetzt? Hallo Was machen wir jetzt? Ich will essen gehen Ich bin am sterben Wie gesagt Ich hab die letzten drei Tage nix mehr wirklich gescheit gegessen Nein was wir jetzt fortführend machen nachdem du gegessen hast und ich Ja Keine Ahnung Magst du noch weiter aufnehmen Mir egal Fünf Wie viel Folgen haben wir jetzt? Vier? Fünf? Ja fünf Vier Also für zwei Wochen sollte es auf jeden Fall reichen Wart mal äh Dann weiß ich mach fünf draus Eins Zwei Zwei Vier Fünf Also wenn ihr alle zwei Ich bin überlastet Ich seh nur ich bin überlastet Guck mal nach oben Ja ich sehs Ich sehs T-Bag Warte wenn ich T-Bag mach Oh nein ich kann nicht mehr aufstehen Kann nicht mehr aufstehen Warte jetzt Ja der muß Ding äh äh Muss von der Wand her Warte jetzt 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 und dann guckt er springen da runter. Doch! Nein! Nein! Nochmal! So, so müssen wir eine Folge auflegen. Du bist überlastet, ja dankespiel. Ey guck mal wie schön hell das hier jetzt ist. Jetzt bin ich überlastet. Jetzt bin ich dreimal unüberlastet. Ich mach mal Screenshots. Oh! Uh! Kannst kurz hüpfen Tramp, kurz hüpfen. Tatsache! Der tut mir das auch addieren. Der addiert mir seinen auch noch. Ich bin bei 210% überlastet. Nein! Das ist aber geil, das ist geil. Ich muss mir nochmal vorstellen zwei Leute mit auf den Buckel zu nehmen. Aber das ist geil gemacht. Aber wir müssen das dann so mal anmachen. Also dass wir uns alle aufeinander stellen und dann anmoderieren. Und ich sollte Hilfe! Hilfe! Ich glaube das Sandstub ist das optimale Ende von einer Session. Ah wir sind schon hier. Ja! Hallo! Hallo Sandstub! Oh verdammt! Verschwendet! Nochmal! Tschüss! 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 What the fuck! Tschüss! Tschüss! Und wieder da! Hallo! Tschüss! Hallo! Oh Mist! Das müssen wir mal die ganze Zeit machen. Das sieht so schnell aus einfach. Oh Mist! So müssen wir auch mal anfangen. Die ganze Zeit alle ganz durcheinander. Einer steht oben und dann so. Hallo! Wir kommen! Wir haben einen Kaffee mit Energy getrunken. Und das drei Tassen! In einer Sekunde! Tchuch! Ok ich kick euch jetzt. Nö! Ich kann auch mal verbannen. Es gibt kein Kicken also muss ich euch verbannen. Warte mal kurz bevor du was machst. Warte! Warte! Wo kannst du dir eigentlich kicken? Bei mir ist es auf äh... Mauskla... also auf äh... auf mein Makro aufm... Na wie heißt? Achso oder Steuerkreuz. Soll ich dich mal verbannen? Ich kann dich auch verbannen. Achso stimmt du misst was ja... Mist. Ne. Aber dass das geht, dass man den Administrator verbannen kann. Wahrscheinlich sagt der dann irgendwie... Nee Horst kann nicht gebannt werden oder so. Weil du bannst nämlich von meinem eigenen Server und ich komm nicht mehr drauf und dann haben wir dann weiße... Darf ich mal probieren? Nee, nein danke. Was macht der Tramp Dye? Wie macht der das? Ich kraftsche... ich kraftsche Cookie. Uh... Das tolerier ich nicht. Das tolerier ich nicht. Da. Nein. Das tolerier ich nicht. Nein. Hey ich kann weiterlaufen. Nein Leute das war's. Ich tolerier das nicht. Tschüss. Tjaja. Tjaja. Stopp die Aufnahme. Ich bin mal gespannt... Wie lange...